Papa? 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 Hm? Hast du kurz Zeit? Sei für was? Ja, ich möchte dir jemanden kurz vorstellen. Hm? Ich möchte dir jemanden kurz vorstellen. Wer? Ja, eine Person. Soll ich die kurz reinholen? Ja, natürlich. Hey Papa. Papa! Hm? Was machst du auf hier? Das ist meine neue Freundin. Hm? Das ist meine neue Freundin. Hi. Freundin. Freundin vor was? Meine neue Freundin. Hallo, hallo. Habe ich dir gesagt, du kannst sitzen? Warum machst du so? Habe ich dir gesagt, du kannst sitzen? Ja, stimmt. Habe ich dir von sitzen? Setzt dir. Scheiße. Ja, das ist... Was ist jetzt das Problem? Das ist meine neue Freundin. Hm? Das ist meine neue Freundin. Deine neue Freundin? Ja. Warum, wenn du nicht sagst, hallo? Hm? Du gibst nicht die Hand. Hast du die Mutterkanne so beigebracht? Hm? Hast du deine Mutter so beigebracht oder nicht? Hey doch mal, wollte sie doch gerade. Hi. Dein Name? Sandra. Hm? Sandra. Kannst du nicht lauter reden? Sandra. 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 Okay, von... Sandra. Ja. Warum deine Haare sind andere Farbe? Lass sie doch schüchtern. Oh, ihr werdet hier vorne? Hey, Mann. Bist du eine Voodoo-Frau, Hexe oder warum deine Haare so? Es ist Fashion. Hä? Es ist Fashion. Lass sie doch, es ist Fashion. Diese ist Fashion. Ja, es ist Fashion. So, nächstes Mal, du magst deine Haare lila? Nein, aber sie darf doch. Sie darf? Ja, es ist eine Frau. Okay, äh, kannst du gucken? Kannst du Fufu machen? Ist doch egal. Wie, egal? Jeff? Egal. Willst du keine Fufu? Kann sie doch, sie kann kochen. Kannst du Fufu machen? Mhm. Ja. Du luk. Ist sie in deiner Augen? Du luk. Man, sie kann nicht. Sie kann nicht. Jorof-Rice. Kann ich. Nicht Nigerien Jorof, Garnieren Jorof. We don't do Nigerien. Ja, besser vor dir. Ah, du bring mir nur scheiße Frau. Immer nach Hause. Warum? Es ist egal, ob sie kocht. Wir sind zu warm. Kannst du wissen, wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo du wohnst. Zuhause. Zuhause wo? Meine Mama, Papa oder alleine? Alleine. Alleine. Wer mag deine Wohnung sauber? Ich mach das. Du magst alleine? Mhm. Besser. Nächstes Mal, Jeff, du musst kochen für uns. Wir wollen deine Wohnung sehen. Ares? Kann sie, mach die. Ares, Fufu, ich will Fufu. Wenn dein Fufu ist scheiße, du und mein Sohn ist vorbei. Ich rufe. Mach die. Ich hoffe schon. Verstanden? Machst du Studium? Machst du Arbeit? Was machst du? Ja, macht sie. Sie studiert. Was ist dein Studium? Was ist dein Studium? Fashion? Fashion hast keine Zukunft. Egal, Jeff, geh raus. Ihr nervt mir. Bring mir nur Scheiße hier. Alle deine Leute hast keine Zukunft. Hm? Du willst so? Später? Ja? Alrighty. Ja?